Goldman Sachs stehe exemplarisch für das rücksichtslose Gebaren vieler Investmentbanken, begründet Andreas Missbach den Juryentscheid. Andreas Missbach ist Finanzexperte von der Erklärung von Bern. Die US-Bank sei nicht nur bei der Nahrungsmittelspekulation dick im Geschäft, sondern auch mitschuldig an der Krise in Griechenland. Durch Derivate habe Goldman Sachs mitgeholfen, das wahre Ausmass der Krise in Griechenland zu verschleiern. Nur deswegen sei das Land überhaupt in die Eurozone gekommen und immer tiefer in die Krise geschlittert. Also generell das Gefühl, dass eine grosse Investmentbank, was Goldman Sachs eben ist, diesen Preis mehr als verdient hat. Wir sind jetzt im Jahr vier nach der Finanzkrise. Es waren diese Akteure, die die Krise gerade erst verursacht haben und für das globale Ausmaß der Krise gesorgt haben. Goldman Sachs ist nicht irgendeine Investmentbank, sondern es ist die Investmentbank, das gilt als die aggressivste. Und dann war es aber auch eben diese spezielle Episode aus Griechenland, weil das ist ja die Absurdität der letzten Jahre, dass aus der Finanzkrise, die ganz klar von Finanzakteuren verursacht und zu verantworten ist, eine Staatsschuldenkrise geworden ist, zumindest im offiziellen Diskurs, wo jetzt die Menschen in den betroffenen Ländern dafür bezahlen. Deshalb entschied sich die Jury vom Public Eye Award für Goldman Sachs. Der Publikumspreis ging dieses Jahr an Royal Dutch Shell. 21'800 Personen haben online ihre Stimme abgegeben für den niederländisch-britischen Ölkonzern. Es ist bereits das zweite Mal, dass Royal Dutch Shell einen Public Eye Award gewinnt. Schon 2005 wurde Shell ausgezeichnet, damals wegen der Ölförderung in Nigeria. Seit Jahrzehnten fördert Shell dort Öl und verbrennt dabei Gas, das die Gesundheit der lokalen Bevölkerung schädigt. Trotz mehrmaligen Versprechen von Shell, die offene Gasverbrennung zu stoppen, ist fast gar nichts passiert, so Andreas Missbach. Es gab gewisse Verbesserungen beim Gasflaring, also beim Abfacken von Gas. Das wird jetzt teilweise genutzt, aber das ist weniger die Einsicht von Shell, als einfach die hohen Gaspreise, die das auch lukrativ machen. Aber die historische Verantwortung für die Hunderten von Öl-Lags, die Shell seit 1956 im Niger-Delta verursacht hat, die Schäden, die sie verursacht haben, die sind keineswegs beseitigt. Das aber sei nicht der Hauptgrund, warum die siebenköpfige Jury Royal Dot Shell dieses Jahr nochmals nominiert habe. Die Vertreter von Greenpeace, der Erklärung von Bern, unterstützt von unabhängigen Wirtschaftsethikern, hatten aktuelle Gründe, um Shell nochmals zu nominieren. Dieses Jahr ist es das Verhalten in der Arktis. Shell ist der einzige große westliche Ölkonzern, der unbedingt in der Arktis Öl fördern will, der dort sehr aggressiv vorgeht. Und eigentlich, damit diese letzte große Wildnis unseres kleinen Planeten in Gefahr bringt. Es gibt heute absolut keine Pläne, wie ein Ölunfall unter einer Eisdecke irgendwie unter Kontrolle zu bringen sein sollte. Shell und Goldman Sachs haben sich bei der Vergabe der Public Eye Awards gegen fünf Mitbewerbende durchgesetzt. Darunter der französische Stromkonzern Alstom oder das weltweit grösste private Sicherheitsunternehmen G4S aus Grossbritannien. Die weltweit grösste Sicherheitsfirma mit 650'000 Menschen unter Wasser, also das ist die grösste Privatarmee der Welt, tätig in allen Konfliktgebieten von Afghanistan über Irak bis zu den besetzten Gebieten in Palästina und dort beispielsweise auch in Netzkeiten verlegt wird, die die Genfer Konvention verletzen. Dies zumindest die Einschätzung unserer Experten vom Institut für Wirtschaftstätigkeit der Uli St. Gallen, die eine unabhängige Einschätzung aller Nominationen gemacht haben. Ein Mann, der lange Jahre am Institut für Wirtschaftsethik in St. Gallen tätig war, sitzt mittlerweile in der Jury vom Public Eye Awards. Die Rede ist vom renommierten Wirtschafts- und Unternehmensethiker Dr. Ulrich Thielemann. Fast zehn Jahre lang war Thielemann an der HSG in St. Gallen tätig. Weil er seine kritische Haltung gegenüber dem Neoliberalismus sehr offen äusserte, wurde Thielemann für die HSG offenbar untragbar. 2009 hat er vor dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestags gesagt, die Schweiz sehe nichts Unrechtes darin, Ausländern bei der Steuerflucht zu helfen. Daraufhin wurde er in der Schweiz scharf kritisiert und wurde nicht wiedergewählt. Dafür kann Thielemann jetzt mitwählen, welche Unternehmen für die Public Eye Awards nominiert werden. Untertitelung im Auftrag des ZDF,